Der Daumen liegt auf dem C1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Und einmal zum Mitspielen. Ich spiele Zeile 2. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Zum Mitspielen. Und. In der dritten Seite seht ihr die Achtelnoten G, A. Deshalb wechseln wir mit dem vierten Finger auf das G. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Und nochmal, vierter Finger auf das G. G, A, G, F, I, C. Und in der vierten Seite geht der vierte Finger auf das C. Das tiefe G. Ich spiele von vorne die Melodie. Ihr könnt schon einmal in ganzen Noten die linke Hand mitklopfen. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Und ihr macht weiter. 1, 2, 3, 4. Wechsel auf den vierten Finger. Wechsel auf den vierten Finger. Gut. Schaltet auf Pause und spielt diese Melodie einige Male für euch durch, bis ihr sie flüssig könnt. Jetzt spielen wir die linke Hand dazu. Immer nur den Zweitonakkord C und G. Wir machen etwas langsamer und spielen mit zwei Händen. Eins, zwei, drei, vier. Wechsel. Wechsel auf den vierten Finger. Gut gemacht. Schaltet auf Pause und spielt das Stück einige Male für dich langsam durch. Das war Frère Jacques mit einer ganz einfachen Begleitung. Es folgt noch ein fortgeschrittenes Tutorial. Bis gleich. Ich sage für heute Tschüss. Bis zur nächsten Musikstunde. Musikstunde.